Achtung! Hier spricht Alexander Abraham von Klangwerk. Wir unterbrechen das Programm für die folgende Meldung. Die Kybernauten haben Melbourne erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kybernauten haben Melbourne erreicht. Letzte Meldungen zur Folge hat die Invasion in Australien begonnen. Die Stadt Melbourne ist besetzt. Auch der Kontakt zu anderen Städten auf dem australischen Kontinent ist zurzeit nicht möglich. In der Antarktis wurden heute Morgen gegen 8.30 Uhr plötzlich auftretende, starke elektromagnetische Felder registriert. Die Frage, ob eine Veränderung des Weltklimas oder gar eine Verschiebung der Erdachse bevorstehen, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Der Krisenstab des Internationalen Physikalischen Rates, IPR, sowie führende Vertreter von NATO und Warschauer Pakt trafen sich heute Mittag im streng abgeschirmten Grundlagenforschungszentrum in Zürich. Die Lage wird gemeinsam beraten, Informationen hierüber dringen nicht an die Öffentlichkeit. Von offizieller Seite heißt es dazu, man könne es im Sinne des Weltfriedens nicht beantworten, Informationen freizugeben, da eine Auswertung durch die Kybernauten möglicherweise eine Gefahr für die gesamte Menschheit sei. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Musik Once again Niemand weiß, was die Zukunft bringt Niemand weiß, was die Zukunft bringt Wir beanteten den führenden Kybernetiker Prof. Ludwig Schweitzer von der Heilbrotter Physikalischen Fakultät um eine Stellungnahme Prof. Schweitzer sagte, er sei nie mit einem Phänomen dieser Art konfrontiert worden Man könne sie, was immer es sei, nicht erreichen Prof. Schweitzer befindet sich zur Zeit mit einem Helikopter auf dem Weg ins arktische Meer Hier treffen sich europäische, russische und amerikanische Wissenschaftler auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern um über Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme mit den Kybernauten zu beraten Niemand weiß, was die Zukunft bringt 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 Der Kontakt zum australischen Kontinent ist abgebrochen. Es erreichten uns keine weiteren Meldungen. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Es riecht so gut, du kommst mir nah. Dein Schweiß, der Nektar, meine Begierde. Heißt es nicht, ich kann dich riechen, riechen, riechen. Es riecht so gut, 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 du kommst mir nah. Dein Schweiß. Der Nektar, meine Begierde. Der Nektar, meine Begierde. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen in der schwarzen Zone Wir schicken dich ins All Willkommen in der schwarzen Zone Wir schicken dich ins All Willkommen in der schwarzen Zone Wir schicken dich ins All Im Jahre 2598 n. Chr. kam es zur wohl größten interplanetaren Kollision zweier Planeten Die Wucht der Explosion erschütterte das gesamte Sonnensystem Starke Energiefelder verursachten die Kernschmelze fast aller Reaktoren unserer Erde Auf der nördlichen Hemisphäre entstand ein Gebiet, das Überlebende die schwarze Zone nannte Menschliches Leben schien hier unmöglich Willkommen in der schwarzen Zone Wir schicken dich ins All Willkommen in der schwarzen Zone Wir schicken dich ins All Fernab von jeglicher Zivilisation entstand jedoch schon wenig später eine neue, seltsame Lebensform Diese Lebewesen konnten sich so tarnen, dass kein menschliches Auge, kein Radar oder gar elektronische Messgeräte sie entdecken konnten Was man allerdings registrierte, war eine unglaubliche Steigerung des magnetischen Feldes um das Gebiet Außerdem konnte man sich nicht erklären, warum Satelliten und Raketentrümmer aus dem All immer wieder in das Zentrum der Zone stürzten Willkommen in der schwarzen Zone Wir schicken dich ins All Willkommen in der schwarzen Zone Wir schicken dich ins All Wir schicken dich ins All Eines Morgens entdeckten japanische Wissenschaftler eine riesige Rakete im Zentrum der Zone, die wohl aus den Weltraumtrümmern gebaut worden war Gleichzeitig beobachtete man, dass tausende Menschen aus den nicht kontaminierten Gebieten einem Sternmarsch gleich in die schwarze Zone liefen und offensichtlich in der riesigen Rakete verschwanden Diese moderne Archie Noah startete am 6. August des Jahres 2645 und brachte wenigstens einen Teil der Menschheit ins Paradies Willkommen in der schwarzen Zone Willkommen in der schwarzen Zone Willkommen in der schwarzen Zone Wir schicken dich ins All Wir schicken dich aus 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 Wir schicken 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 dich aus Wir schicken 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 aus Und wir schicken aus Fähnomen und Patres et Filii et Spiritus Sancti! Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Fähnomen und Patres et Filii et Spiritus Sancti! Fähnomen und Patres et Filii et Spiritus Sancti! Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vater höre meine Stimme. Herr höre meine Stimme. Passet uns mit Der Held ist ein Schatten über deiner rechten Hand Der Held ist ein Schatten über deiner rechten Hand Der Held ist ein Schatten über deiner rechten Hand Und die Herrlichkeit in Ewigkeit Am ersten Tag schuf Gott die Welt Und er sah, dass es gut war Am zweiten Tag erschuf Gott die Menschen Und er sah, dass es gut war Am dritten Tag schuf Gott die Musik Und er sah, dass es gut war Am vierten Tag erschuf Gott den Club Und die Menschen tanzten Ich sagte und die Menschen tanzten Gott sah, wie die Menge tanzte Und er 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 sah, wie die Menge tanzte Und ihm ist er in betreut Und er sah nicht Aber was Hamburg rỗ bemerkte Gott, dass die Menschen noch immer nur tanzten. Und er sah, dass es nicht gut war. Gott wollte, dass die Menschen feiern. Da schien ein helles Licht vom Himmel herab. Und Gott sprach zu der Menge, Ihr seid so leise. Doch die Menge verstand es nicht und Gott hörte sie nicht. Doch er wollte sie hören, wie sie schreien und feiern. Und da sprach Gott zu der Menge, Warum seid ihr so leise? Und da sprach Gott, wenn du so leise wachst, oder nicht, ich schreien. Posst du dann glaube ich, wenn du dann kurz deine Müllladenverstand verlassen hast, dass du so leise. Du sagst, dass du super gehörst und nicht mehr genug ist. Und da sprach ihn aus, dass du so leise. Und da war es bei mir sehen. Und da war es nicht mehr. Und da war es nicht so leise. Ich bin jemanden der Rundfrau der Rundfrau. Und Gott sah, wie die Menge feierte. Und Gott sah, wie die Menge feierte. Und Gott sah, wie die Menge tanzte. Und Gott sah, wie die Menge tanzte. Und Gott sah, wie die Menge feierte. Ich sagte, warum seid ihr so leise? Und Gott sah, wie die Menge feierte. Und Gott sah, wie die Menge feierte. Und Gott sah, wie die Menge feierte. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, wie die Menge feierte. 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 Will was not sick Until he sold out To the devil I know the remedy For your sickness Where are you? Where are you? I've lost you If you are a child of God If you want me To set you free And heal your disease Join hands And let us stand up To the devil Where are you? Where are you? I've lost you I've lost you I've lost you Even if you are not a believer In the almighty It's never too late To confess your sins Come with me I will show you the way Where are you? Where are you? I've lost you I've lost you Where are you? Where are you? Where are you? I've lost you Do you want to waste The rest of your precious life With sex And drugs Oh no God have mercy Remember You will pay On judgment day The time The time Has come To exercise The devil In you Where are you? Where are you? I've lost you Where are you? Where are you? I've lost you I've lost you I've lost you I've lost you Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020